Guten Morgen zusammen, ihr wisst ja ein neuer Tag, neuer Shop, aber diesmal muss ich wieder Danke sagen, nämlich wir haben wieder zwei neue Kanalmitglieder, nämlich Eves Reseti und er ist Moonlight, seid gegrüßt in der Community, ihr habt jetzt auch die Emotes im Chat, also erstmal vielen Dank dafür, natürlich auch für die Spenden, denkt immer dran, wenn ihr ein bisschen was bekommt von euren Eltern, spendet nicht immer alles direkt, ist zwar nett gemeint, aber teilt euch das Geld immer ein bisschen ein, aber natürlich danke auch da für den Support, so, wir gehen direkt mal rein in den Shop und gucken einfach mal, was es heute Schönes gibt und oha, das sieht aus wie ein Shop, der hätte zu Weihnachten kommen können, wir fangen aber direkt mal ganz vorne an, hier ist der Dolph wieder dabei, den Skin finde ich eigentlich recht nice, aber wie gesagt, ich denke mal, das hier werden jetzt so die letzten Shops sein für die Weihnachtsskins, wenn das hier nicht sogar der allerletzte Shop ist, weil nämlich heute wirklich eine Menge Weihnachtsskins da sind, also wenn ihr Bock habt, noch irgendwie Weihnachtsskins zu holen, würde ich euch empfehlen, macht es heute, denn wie gesagt, ich vermute echt, das war es dann heute mit, ich sag schon, mit Weihnachtsskins, hier nochmal das passende Mode, ach Himmode, ich rücken jetzt das war hinten dran, sieht nice aus, klar, man kann ihn eigentlich nur zur Weihnachtszeit spielen, also hier würde ich echt sagen, reiner Weihnachtsskin, so, wir gehen mal rüber, die Nutzknacker sind nämlich auch schon wieder da, mit verschiedenen Stilen, wir gucken auch direkt mal alle nochmal durch, einmal der Standard Nutzknacker, dann der etwas krimmige, dann dem will ich nachts auch nicht begegnen, und der ganz Verrückte, erinnert mich so ein bisschen an Alice in Wunderland, ist immer direkt das erste, woran ich denke muss, wenn ich die Variante sehe, aber natürlich auch nicer Skin, aber wie gesagt, ich denke mal, die werden alle heute nur noch drin sein, da es halt die Weihnachtsskins sind. So, da haben wir noch das passende Rückenaccessoire, der Wackelvogel, ich wollte schon bald Wackeldackel sagen, dann haben wir das weiteren drin, die Nussknackerin quasi, nämlich Knackerellach, mit dem passenden Rückenaccessoire, den Skin finde ich gehört, den könnte man rein theoretisch auch noch so weiterspielen, auch nach Weihnachten, also Nussknacker, ja Nussknacker, der ist an sich schon so typisch Weihnachten, aber die könnte man eigentlich auch so spielen, von hinten spielen wir den Skin ja meistens zu 99,9%, ich würde sagen, ja, und denkt dran, vergesst nicht, auf das Video ein Like da zu lassen, viele vergessen es immer wieder, dann vergesst auch nicht, meinen Creator-Code nachzutragen, ich muss zum einen schon wieder neu eintragen, yt-familyhack, erstmal groß geht da auch an die raus, die sich natürlich immer wieder eingetragen haben und auch darüber einkaufen, denn ihr wisst ja, ich kriege eine kleine Provision davon, was ihr dann kauft, in dem Sinne denkt dran, Support ist kein Mord, so, in des weiteren haben wir hier noch die Schneekugel drin, wo ein Lebkuchenmännischen drin ist, das habe ich noch gar nicht gesehen, also nicht drauf geachtet, sagen wir mal so, oben im Kopf ist nämlich in der Schneekugel, ja, der bewegt sich sogar so wie wir uns bewegen, nicht schlecht, so, und dann, ein bisschen verrückter Dance, nein, das Video lag nicht, er bewegt sich wirklich so, ist nicht schlecht, aber sieht schon ein bisschen verrückter aus, würde ich sagen, so, und dann, ja, den Skin feiere ich wirklich, also der Skin ist für mich so wirklich der best umgesetzte Skin, wo ich sagen würde, ja, der sieht aus wie im Film, und von welchem Film rede ich, natürlich von der 1 Königin, also der Skin ist echt, in meinen Augen ist er auch die 2000 Wimax wert, ist einfach nice, und natürlich auch für die Mädels, aber natürlich auch für uns spielbar, ist ein netter Skin, passende Rückenaccessoire, kann man aber eigentlich sogar ohne spielen, finde ich, Rückenaccessoire braucht man hier nicht unbedingt, also wenn ihr den haben wollt, ran an die Olga, so, und dann haben wir Flocke, ja, schöner Sound, die Pickaxe geht eigentlich, also die geht auf jeden Fall, klar, so, dann natürlich die Kutsche, die darf natürlich auch nicht fehlen, man sieht sie natürlich nicht mehr so oft, aber liegt auch daran, dass inzwischen, würde ich behaupten, Battle Royale ein bisschen ausgelutscht ist, deshalb sind wir auch derzeit echt dran mit, ich sag schon, Rette die Welt, ich hoffe, einige haben da ein bisschen Verständnis, aber derzeit gibt es halt in Battle Royale nicht wirklich viel zu holen, Rette die Welt ist derzeit irgendwie mein kleines Lieblingspferd, so, und dann haben wir noch den Zuckerfreak dabei, der Skin ist so crazy, ohne Quatsch, da muss einer viele Horrorfilme geguckt haben, wo er den Skin gemacht hat, da muss ich echt sagen, der müsste schon ab 18 sein, der Skin, der ist einfach so verrückt, aber da sagen wir einfach wieder, reine Geschmackssache, so, dann Putzelchen ist auch wieder da, in meinen Augen auch ein kleiner Horror-Skin, da haben wir dann einmal mit der Kopfbedeckung und einmal ohne, ich finde, so sieht es jetzt immer besser aus als mit der Kopfbedeckung, aber so ist natürlich ein bisschen, ja, für mich sind das halt immer so Horrorfilme, so eine typische Horror-Maske, wenn so einer vor der Tür steht, da würde ich echt sagen, ich renne wieder zurück ins Bett und hoffe einfach, es geht vorbei. So, des Weiteren haben wir im Shop, OG Kleider, das ist wirklich ein OG Kleider, natürlich weihnachtlich immer noch, also denkt dran, er wird nicht mehr wiederkommen bis zu Weihnachten, gönnt euch also in der Situation den OG Kleider, den OG Kleider. Also, dann Schlittentour, ich sehe dieses Emote so oft, ich glaube, ich würde fast behaupten, das ist das meiste gekaufteste Emote, was es gibt an Weihnachten, weil gefühlt hat den jeder, ne, ich nicht, Kappa, aber der ist auch nice, ist einfach lustig und du kannst dich so über die Map bewegen, jeder wird dich beachten, also, da kann ich wirklich nur sagen, ihr könnt zuschlagen und Klingelingeling, haben auch so viele drin, aber die Musik ist auch geil dazu, so, und dann, pass auf, komplett neue Emote, Ups, da fällt alles wieder zusammen, das Gesicht von dir, so, dann würde ich sagen, war es das schon wieder mit dem Shop, denkt dran, wir gehen noch rüber zu Rettet die Welt, also kurz dranbleiben, wenn ihr noch da bleiben wollt, einfach warten, wie gesagt, denkt immer dran, kauft euch nicht zu viel im Itemshop, es sind nur kosmetische Dinge, denkt dran, euer Taschengeld ist wichtig und wenn ihr was kauft, vergesst nicht, greatercode yt-familyhack. So, wir gehen direkt rüber zu Rettet die Welt, weil irgendwo kommen meine V-Bucks ja dann doch her, weil ihr habt schon gesehen, 2000 V-Bucks sind natürlich eine Menge Holz inzwischen, also Sache, Rettet die Welt, lohnt sich auf jeden Fall, einige Spiele haben schon neu dazugekommen, ist auch keine Werbung an der Stelle, ich verdiene an Rettet die Welt 0,0, also wenn ihr euch Rettet die Welt kauft, dann habe ich leider nichts davon, verstehen tue ich selber auch nicht, aber ist leider so, einige habe ich schon geholt dazu, und bis jetzt hat noch keiner gesagt, oh was für ein Scheiß, also ich kann wirklich sagen, bis jetzt war jeder zufrieden, der angefangen hat mit Rettet die Welt, so, wir gehen auch mal direkt rein, was haben wir denn hier wieder, ah stimmt, die Gründerpakete, erstmal meine Lamas, wie ihr seht, ich habe heute Nacht nicht mehr weiter gespielt, weil der Stream dient schon wieder über 12 Stunden, also langsam wird es gefährlich, was meine Streamzeiten angeht, so ihr seht schon, mit Plankaton Brutal auch fertig, jetzt in Trine Peak, ist natürlich jetzt immer noch mehr zu machen, Level 80 bin ich jetzt schon, also ihr seht, ich habe wirklich reingesuchtet, aber so richtig reingesuchtet, so, dann gibt es neue Upgrade Lamas, und Trollbeutel Lastwagen, legendäre Trollbeutel Lastwagen, ah gibt wieder, naja, die sind eigentlich nicht schlecht, was drin sein könnte, ähm, hier legendärer, man kennt ihn, ja, könnte man sich können, aber wie gesagt, hier die Großen, da würde ich echt nie zuschlagen, das ist schon heftig, gut, du kannst ja natürlich nochmal 3 Winter Lamas kaufen, aber trotzdem, finde ich heute schon heftig, für 1500 V-Bucks, so, dann Winter Lama, ihr seht, die Gratis Lamas sind natürlich auch da im Shop, nichts Neues in dem Sinne, denkt dran, Coco, ach, Coco sag ich schon, das Äffchen gibt es hier noch zu kaufen, den Nussknacker auch, den Helden, dann gucken wir nochmal, was gibt es hier nochmal, ja, die Kupferskizze, und dann würde ich sagen, war es das hier auch schon wieder mit dem Shop, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Abo da lassen, Like nicht vergessen, und dann würde ich sagen, sind wir auch gleich schon wieder im Livestream, dauert noch ein bisschen, und in dem Sinne, haut rein!